Hallo und willkommen zu spf4 und 4 Also ich würde sagen es war erst einmal Aber ich support für uns unsere Belohnung ab Da sehen wir weiter Ich sage ich werde jetzt auf welche Pining Dance oder auf welche sehen würde ich mal schätzen Und danach können wir vielleicht auch schon die SD so wenigstens tun machen Aber ich glaube jetzt sollte ich halt schauen ob ich die verbringte Minden die SD da beschließen kann mit Pining Dance Ja und wenigstens Ja und wenigstens Hä und wenigstens Und wenigstens Erschne ich mal Erschne ich mal ich mir nicht mal an. Achso, ich höre es, dass ich auf Wörsche sehen soll. So, erscheinen wir jetzt mit Ältestermäxen. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzt. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören in Ihnen, einschließlich seiner persönlichen Powerrüstung. Herzlichen Glückwunsch, Paladin. Powerrüstung? Wo wartet der in seine Powerrüstung auf? Sie finden sie sicher in Proctor Ingrams Teil des Schiffs. Tragen Sie sie mit Stolz. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin, der Bruderschaft, unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht enttäuschen. Wir müssen uns nach wie vor um das Institut kümmern. Vor unserem finalen Angriff wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime. Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei Ihnen. Art Victoria, Paladin. Art Victoria, er ist da. Also, allerdings machen wir es nicht mehr, weil ich jetzt diese Arbeiten jetzt erstmal käme. Ich werde es nicht mehr für Stolz in der Bruderschaft, denn ich werde es eigentlich schon erhalten, was ich unbedingt erhalten wollte. Und was ich noch sagen sollte. Also, ich glaube, ich werde es einfach so eine Post abspeichern. Damit ich das beim nächsten Mal machen muss, wenn ich also mit der Stolz in der Bruderschaft durchspiele. Aber wenn ich sonst immer jetzt alles neu mache, schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann kann ich das jetzt auf jeden Fall machen, wenn ich vielleicht schnell in der Bruderschaft durchspielen will. Den wollte ich ja mit dem ist die Judo spielen. Ja, jetzt habe ich eine Dance Quartiere. Jetzt glaube ich Dance Quartiere, oder täusche ich mich. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, Mächtens Quartier. Heißig, heißig, Papai Dance Quartier, und jetzt ist es halt meins. Wollte ich auch mitnehmen, was ich will. Es wäre jetzt mir. Da ist es mitnehmen, Captain Keltz. Oops. Oh, weins. Paar ist es hier. Da ist das wohl Paar in den Quartier. Oder? Und ja, kann auf jeden Fall sein. Damit niemand nicht kriegen kann, würde ich sagen. Der Spärer ist, wenn wir den Pferde Hannity nicht mehr holen. Und ich glaube, am besten noch meine hälischen Dokumente abgeben, die ich jetzt gesammelt habe. Tja, schon toll, wie ich alles in der Vizepa schade, wie ich das jetzt in der Vizepa verrate. Nebenbei, ich finde alle Enden, ich finde alle Enden besser als, ich finde alle Enden besser als im Institut so gemerkt. Ich finde alle Enden, ich finde alle Enden, ich finde alle Enden. hat er dich einfach aus uns zu holen echt umgelaufen die besprechung wurde verschoben der neue termin wird ihnen noch mitgeteilt diese guten machen wir sorgen zu jungen zu unerfahren also ich interessieren würde hat politik eigentlich auch ein eigentlichartiges an den schauen wir mal bei den ganzen schau mal da also habe ich schon auf jeden fall also mehr hat mehr als ich hatte es hat er auch leisten die besten posten steil wogemerkt mich hätte auch leisten jetzt wird knapp also dazu aber ne ok die wird noch mehr als ich will jetzt wissen nein aber ich glaube ich hätte nicht wirklich brauchen werde also so dass wir behalten als eigentlich wie ein bus teil hat er 24 24 also wieso besser was wir aber also dass wir jetzt mal an haben wir später mal ab und hier ist der ins power stone meine jetzt meine so ich versuche es können wir mal raus und geben wir ein möglichst leeren vorerst mal ich dachte mir schon immer dass etwas an ich versuche es nicht schon irgendwie reisen und teilhanden zöblingen obwohl da für sie brauche ich sowieso nicht posten das lohnt sich doch gar nicht von daher aber wenn es dir was wir erzählen jetzt bei dem video händler ich werde post und die wir auf der prütteln unter springen natürlich auf der leite zu sein auf der seite hier aber schau wenn wir dann ja schau was post wirklich aushält so ok jetzt aber reisen wir erstmal mal nach sanctuary denn ich möchte wissen ich brauche zu zählen besser als das von dieser Postung wenn nicht der Homicide nach äh Dingels nach so it was actually I didn't know Also wie ich schon gesagt, wenn ihr jetzt statt, wenn ihr jetzt nicht erst hier umfühlen Gut, dann hätte ich ja eine Wurschaft irgendwann befohlen Wursche zu töten, vielleicht auch nicht mehr ganz genau wann, wenn er jetzt nicht mal in so einer Guthant wäre. Ähm, Mensch, habe ich das Wursche dazu heute schon aufgestellt? Nein, habe ich noch nicht, also umso besser. Okay, es ist wie ein... Also ein linke Bein wäre es dann... Oh, 45, 45... Das ist wirklich besser! Hat das Wasser jetzt mal dran, das ist sowieso auch kein Teil für die Erstellung der Wurschaft. Aproposen. Naja, so steht da alles. Ich versagt nämlich dann, wo... Nee, das habe ich einfach schon eingesteckt für die letztes Mal. Wir produzieren einfach wunderbar... Schauen wir, dass wir so verkaufen haben. Und dann... Fuck! Da soll ich selber weiter unten... Aber weißt du was? Für mich bräuchte ich sowieso nicht. Wenn ich zufällig beim Suchen nach Sachen... Ähm... Während der Schuhfilter finde ich die halt bitte gut ist. Fässerchen fähig noch. Obwohl, das wäre sowieso echt der Fall sein, schätze ich mal. So... Ach, jetzt weht schon und nicht, wenn dann, so ist schon. Jetzt kann man erst mit Schot, aber ich bin mit Schot, immer schauen. Ich bin mit Schot, ich bin mit Schot. Also, sowieso, dann passt, passt ja. So, und jetzt, wo ist Gabi Carla? Wir werden schon wieder gehen. Klar. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Perfektionisch? Ja. Ja. So, dann schauen wir, dass wir einen Wies mal haben. Ah, die wir am Strand aus. Wollt ihr vielleicht neue Hunde da aufbauen? Vielleicht will ich vorher gerne, ich hält den gar nicht hin. So, Strukturen. Äh, Holz. Was die jetzt? Aber war es gar nicht wahr, bei Deku? Und doch nur noch mal. Das ist das Wiesbüche. Und weil oben ist. Ja, das ist ja. So. Und jetzt soll es für Teuresche der Ponustab liegen und ein paar Intents abgeholt. Da fahre ich aber das Essen kochen. Tja der vermute ich rechts. Und jetzt. Ich habe die Zimtpumpe, die wohl auf Halbhausen und dachte ich ja, schau ich später mal. Erst einmal. Mal. 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 Ich muss ja auch sein So fühle ich mehr So fühle ich mehr So fühle ich mehr So fühle ich mehr So fühle ich mich 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 Cool So fühle ich mich 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 So fühle ich mich